Sooo! Finde das Squad im Dorf! Untersuche! Jetzt geht mein Controller nicht! Den Kommandoposten! Warum geht der Controller nicht mehr? Der hat sich jetzt verabschiedet, gerade mal. So, jetzt geht er wieder. Eben gerade wollte er nicht. So, finde den Kommandoposten, genau! Da haben wir sogar als Nates! Ja, hatten wir schon ne ganze Zeit. Ja? Hab ich lieber nie geworfen. Uns fehlt aber unsere Sturmwaffe. Komischerweise. Da müssen wir uns gleich eine suchen. Da messern wir halt irgendeinen Spacken, ne? Hä? Wir müssen noch eine haben. Hier! MP, HG2, MP, HG2. Einfach mal was reinwerfen. Mal ein bisschen Überraschungsfeier machen. Mal durch die Fenster. Das wird schon. Wir kriegen gleich eine. Hier muss doch irgendjemand rumgelegt. Ja, genau. Aufheben. Im Gott wurde uns aber eine angezeigt, ne? Hattest du doch gerade aufgehoben. Ja, ne, ich meinte nicht, die ich aufgehoben hatte, sondern ich meinte, uns wurde eine angezeigt, dass wir eine abgelegt haben. Ja. Weißt du? Ach, Steuerung. Eigentlich wollte ich schießen, aber da habe ich die. Aber jetzt haben wir sie, oder? Ach, das ist irgendeine Kontaktmine. Geil. So, jetzt haben wir wenigstens ne Waffe. So, jetzt geht's los. Ach, was ist das denn immer da? Battlefield und die Steuerung. So, können wir trotzdem mal durch den Gegner laufen, um Munition zu sammeln. Jo, ich habe ja deren Waffen, ne? Nö, hier kriege ich nichts. Dann hebt die Gegner doch schon Waffe auf. Ja, können wir gleich machen. Wenn das Feuer auf mich beendet ist, bin ich gerne bereit, mich um Munition zu kümmern. Jo, der hält einiges aus. Du hast noch ne Zweitwaffe. Ich steh, ich steh mir auf mehr Wumms. So, die haben wir gekriegt. Aufheben. Und, na. Zack, erstmal ne Spritze reindrücken. Man sieht auch fast gar nichts wieder hier im Double-Levelset. Und man kann nicht mal ran suchen mit dem Ding. Nee. Das war alles. Ich glaube, ich bin ne Shotgun. Du bist gleich tot. Jo. Was passiert? Gleich tot, hab noch 43 HP. Alter, man. Komm her, du Spacken. Da hab ich hier wieder keine Muni, ey. Ich raste. Jo. Ich hab mir grad was reingedrückt. Naja, scheiß drauf. Komisch, irgendwie, die Mission, ne? Jo, nicht gerade, nicht gerade das gelbe vom Ei. So, wollen wir mal gucken. Jo. So, ne. Jo. 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 Anhörウoll, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, jetzt gings einigermaßen, ich hab aber immer noch weniger Ammo. Wenig mun, wie man in Metro Redux sagt. Wenig mun. Sehr schön. Hoch, valla. Man, das ist echt ein scheiß Level. Von der Ausleuchtung her. Ist schwierig, die Gegner zu erkennen. Das ist auf jeden Fall die Herausforderung in dem Level-Set. Ja, man sieht die echt richtig schlecht. Liegt aber auch an unserem Fernseher, weil der so spiegelt. Jetzt auf YouTube könnt ihr euch auch denken... Ich werde das Video auch noch mal im Nachhinein mit Kontrasten bearbeiten, dass man das besser sieht. Also denkt euch nicht, wir sehen das so wie ihr jetzt gerade. Dann mach den großen Fehler. Such den Kommandoposten nach Leuten. Oha, oha, 16 HP und zack, hat er wieder 100. Sehr schön. Ja, mit dem Heilen ist es echt... Ja, das ist re-nervig gemacht. Gehen wir doch mal da rein. So. Wir werden eine Spritze reindrücken. Sehr schön. Bravo One Charlie, hier ist Mike One Juliet. Sieht aus, als wären sie allein. Ich sehe nur eine Wärmesignatur, das müssten sie sein. Wenn dort Feinde waren, sind sie jetzt weg. Ich habe ein paar Sachen über das Gebiet rausgefunden, in dem sie sich befinden. Weiter hinten im Tal gibt es so eine Art Kommunikationszentrum. Vielleicht finden sie dort was raus. Out. Und wieder woanders hin. Oh Leute, das ist kein schönes Missionsdesign. Es wird einfach in die Länge gezogen. Man hat sich wahrscheinlich in Entwicklerstudios gedacht... Was soll das denn? Was soll das? Was? Was soll das? Was? Da hat man noch keine Chance. Da hat man noch keine Chance. Was ist denn passiert? Ja, das kam auf einmal so ein scheiß gegnerisches Fahrzeug. Oh Mann. Oha, oha. Ja, der ist weg. Da ist nur einer, genau. So. Das war's. Da sind oben noch zwei Gegner. Das ist mir gerade vollkommen egal. Du willst abhauen, ne? Ja. Mit dem Boot. Wechsel Platz. Wo ist denn du? Nur dich. Der ist weg. So renn einfach zum Boot, das schaffst du schon. Ja, wollte ich gerade sagen. Einfach zum Boot. Nimm am besten nicht das zugepackt. Genau. So, und jetzt geht's. Jetzt zieht man das Einheitsbrei. Da werden auch locker noch Leute dich beschießen. Ja, mag ich gerade sagen. Die wissen ja, dass du längst kommst. Haben dich schon vorbereitet. Haben schon ihre MGs da aufgestellt. So, der Manteau. Alles schon gehabt. Sehr schön. Nächsten Idioten. Sehr schön. Heike. Das ist auch mit Messern. Kann ich auch messern können, ich weiß. Jo, nachladen. Dann. Alter. Die geht aber ab. Ja, ist nämlich ein 16. Ach du heilig mein Gott. Wo müssen wir denn hin noch ganz hin? Ach du. Ja, das geht noch ordentlich weit. Wir müssen uns ordentlich weit nach vorne kämpfen wieder. Jo, jo. Da liegt noch ein bisschen Weg vor uns. Laufen wir hier querfeld ein. Dahinten müssen wir wahrscheinlich hin. Und wieder eine Speicherung. Gegner. Du bist tot. Direkt weg. Das war ein guter Move. Hast du noch 55. Genau. Drück den mal. Ne Spritze Brudi. Das kennt man ja schon mittlerweile. Und jetzt dürfen wir einmal schön umweg laufen. Um mal schön in die Länge zu ziehen. Um die ganze Basis einmal rum. Ja, klar. Da werden wieder ein paar Feinde spawnen. vereinzelt. Naja. Kennen wir ja schon. Das übliche halt. Was da so ansteht. Na, wo hast du mich denn jetzt gesehen? Was für ein Locken. Hallo. Na, wie geht's? Ist tot, ne? Okay. Erreicht. Genau. Die Kommunikationszentrale. Oha. Und das war ein Header. Untersuche den Sicherheitsraum. Also müssen wir reingehen. In die Butze. Mal wieder gucken, wo dieser Raum denn ist. Ah, shit. Egal. Renn rein. Komm. Wir müssen eh nicht da draußen rumlaufen. So. Ja. Kannst du nicht da... Uiuiui. Hallo. Oha. 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 9 HP. 100 HP. Alter. Da kriegst du von allen Seiten Beschuss. Gerade. Sehr gut. Sehr schön. Nochmal heilen haben wir auf jeden Fall. Oha. Oha. Du wirst nicht da ran kommen. Oha. Wo denn? Oha. In den Fenstern. Nein. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Oha. Sehr schön. Aber knapp. Aber sehr schön. Wir sind drin. Im Haus jetzt. Ich sehe gar nichts Da, durch die Tür durch Da, durch die Tür, genau Wo denn? Da Das ist... Wer hat dieses scheiß Level konstruiert? Du siehst nix Sieht für mich alles aus wie ein Einheitsbrei Jo, so ziehen wir schon Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Irgendwo anders reingerannt, aber 28 Meter, das ist der Raum, da kannst du jetzt rüberrennen, glaube ich Oh, sehr gut Ich weiß ja nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe es geschafft Irgendwie, irgendwie Sie können mich nicht behandeln, wie ungehorsame Esel Sie haben versucht, vor Ihren Schulden zu fliehen, Herr Präsident Ich behandle Sie, wie es mir passt Ich nicht gefroren Dumme imperialistische Amerikaner haben mich mitgenommen auf leichtsinniger Flug Aber jetzt, Sie warten in Klosterzelle auf Hinrichtung Aber sehr gewicht Ja, und wenn Sie mir nicht das Gold geben, das Sie mir schulden, blüht Ihnen das gleiche Sende Sende das Fuggerett Hört mich jemand Lass mir stimmen Bravo, OneCharlie, hier ist Mike OneJuliet Am Kloster ist einiges los Irgendwas geht da vor sich Beeilen Sie sich Out Jo, jetzt sind wir hier im Serverraum Siehst du das, das ist einfach eine einfarbige Masse Er rettet das Squad Oh Gott, ja, ja, ich habe es gerade schon gesehen Nehmen wir doch die Leiter Da kommen wir Puh Hallo, Guys Ah, jetzt soll ich da Das ist so eine Ranzkacke, die letzten Missionen Vom Design her, das ist echt unmöglich Können einfach runter Jo, ab ins Fahrzeug Und Gas gehen Oh, knapp Mann, mal ganz im Ernst Wer konstruiert so eine Kacke Das kann doch nicht angehen Wo war die Leiter jetzt, die du genommen hast? Nicht da, anderem, dreh dich um Da warst, kommst du Hier komm ich her, ne? Für linken Seite Da, da ist sie So, ich bin mir, hier hat man mit dem Controller gegriffen Und werde auch schon wieder abgeballert Ich komme ja auch nicht rüber gesprungen Ich sehe auch gar nicht, ob hier irgendeine Kante ist Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin Ich sehe hier nichts Okay, hier scheint irgendwie was weiter zu gehen So ist es nach rechts Jaja, jetzt wollte ich eigentlich rein Das ist recht tot Ja, ich weiß, ich konnte aber auch nicht schießen So ist hier mal eine Spitzer drauf Ja, ich weiß, aber ich komme mit der Scheißsteuerung nicht klar, Mann So Fickte Scheiße, Mann Muss ich mich hier in Deckung bringen Ja Kann ich mir nicht geben Die Scheiße Ja, wo auch immer Alter, jetzt wollte ich schießen Ey, diese Steuerung macht mich echt fertig, Mann Die Steuerung macht mich echt fertig Die ist sowas von beknackt, beschissen, behindert und kacke Wie der letzte Vollidiot Wechsle ich die Waffen, obwohl ich eigentlich nur ranzoomen will So Da hockt er Kleiner Pisser Tschüss, auf Wiedersehen Mal abgesehen davon, dass wir viel zu viel aushalten So, jetzt habe ich sie da drauf Nee, du solltest andere Richtung Geh doch zu den Fahrzeugen Scheiße auch auf die Gegner Ja, Moment Ja, Moment Den kann ich noch Wegbügeln So, was Da Zu den Fahrzeugen hin Hä? Runter Der ist da unten Ja, ja Ich wollte nur gucken, wo der Gegner ist, Mann Die würden mir nämlich gleich schön Rücken ballern Wie dir nämlich auch Und dann war es das nämlich So, Hauptsache weg hier Falsche Richtung zwar Hoch da Zack, zack, zack Da sind die Fahrzeuge Direkt hinwaschen Schöne ist, die Feinde spawnen nicht mehr Zack Rüberrennen Zack Springen So Messern Kriegt alles um, Mähen, was nicht bei drei auf dem Baum ist So, zack Spritze reindrücken Zack Und einsteigen Jetzt haben wir es geschafft Endlich Endlich Drecks Mission Bin ich aber gespannt, wie die letzte Mission ist Ja, ich auch Echt Aber die war nicht Das ist scheiße Man erkennt ja auch fast nix Ne Also das haben sie echt schlecht gemacht Ihr müsst vergessen Äh, ihr dürft nicht vergessen Dass wir auf der PS3 spielen Also sowieso nicht so geil Da kommen wir zu irgendeinem Gegner Aus dem Fahrzeug Ja, kann man nix machen Nö Ich fahr einfach vorbei jetzt Da könnte ich jetzt umsteigen Und mit zurückfeuern Aber Ich denke mal Hier kommt man auch so an Oder Speichert, ja Der hat gespeichert So Jetzt kommt es wieder aufs Geballere an Gut, das ganze Haus Das ist gerade ein bisschen am sacken Jo Muni ist leer Aber die haben wir noch gekriegt Da hat er nicht genommen, ne Das war's Okay Ich geh mal ab an Holi So beschissen Hättest du entspannt weiterfahren können Hätte, hätte Fahrradkette Willst du laufen? Das ist mir alles besser als jetzt Damit durchzukämpfen Da kommt gleich ein Fahrzeughorn vorne Ja, renn einfach rüber Kannst abkürzen Ich glaube, ich bin jetzt mal ehrlich Und sag, ich hab echt keine Böcke mehr darauf Auf diesen Auf diesen Nachtkram Der Rest war eigentlich sonst vorher relativ cool Ja, hat man okay durchspielen können, ne Aber das ist jetzt echt ein Nervkram Weil du siehst einfach echt nix Und deswegen bin ich auch mega, mega angepisst Ich kann einfach mal gerade weiter aus Ich versuch mal was in der Zeit im Menü einzustellen Ne, 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 ne Ne, nicht? Ne, nicht Ich muss was sehen Also das, was ich sehen kann Zumindest So, da ist die Basis Und ein Speicherpunkt Das ist schon mal gut So Und die haben uns auf jeden Fall schon gewittert Die haben uns gleich schon gesehen In dieser Nacht Aus 100 Meter Entfernung haben sie erkannt Ah, das ist einer aus dem Squat Das ist einer aus dem Squat Könnt ihr ja kein Freund sein oder so Hey Gibt's, Freunde gibt's nicht Ach, das ist spät So, Leute, wir haben Speicherpunkt Ich unterbreche mal kurz Wir sind uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin, haut rein Wir sehen uns Tschüss Tschüss